Wir helfen Familien in ihrem Alltag, ganz konkret finanziell, indem wir das Kindergeld um 25 Euro pro Monat erhöhen. Wir helfen Familien, wenn es darum geht, die Berufstätigkeit mit der Familientätigkeit zu vereinbaren, zum Beispiel durch einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung bis ins Grundschulalter. Und wir helfen Familien aus der Armut heraus. Wir bieten den Kindern Perspektiven und erhöhen den Kinderzuschlag. Mir persönlich ist ganz wichtig, dass wir uns auch um den Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder kümmern. Und auch dazu werden wir vielfältige Regelungen treffen, gerade auch im Kindermedienschutz.